Hallo! Hier ist der Christian von der Gabe Gottes. Schön, dass du lauschende Seele hier zu mir gefunden hast. Ich mache jetzt für dich zum Anschauungsprozess ein Baumritual, ein Ritual, wo wir die Kraft und die Energie aus der Natur wunderbar anwenden können, übertragen, für ein Partnerschaftsritual, für die Gesundheit, für alles das, was dir jetzt gerade in diesem Augenblick am allerwichtigsten ist. Diese Energie, die du auf meinem Video sehen kannst, ist dafür geeignet oder dazu geeignet, dir die Kraft von diesem wunderschönen Baum, diese Energie zu holen, den wir gemeinsam umarmen, wo ich die Kraft an diesem Baum für dich abzapfe und sie dir dann, liebe lauschende Seele, übertragen werde. Komm ins Vertrauen, rufe mich an, schreib mir eine E-Mail oder du schreibst mich einfach an oder rufst mich an unter 091654123. Ich freue mich auf den Anruf und bis bald, dein Christian.